Ortseingänge sind Visitenkarte und Aushängeschild einer Gemeinde. Eine attraktive Gestaltung kann die Wahrnehmung eines Ortes verbessern. Für ÖD sieht das ISEG an dieser Stelle Gestaltungspotenzial. Die IG ÖD Mühlhausen ist am Ortseingang Tönesforster Straße bereits aktiv geworden. Seit vielen Jahren beschäftigt sich die IG ÖD mit dem Thema Ortsverschönerung. Im letzten Jahr haben wir beschlossen, die Eingangsinsel Tönesforster Straße mit einer Bepflanzung aufzuwerten. Dies konnte mit Mitteln aus dem Verfügungsfonds umgesetzt werden. Um zu erfahren, wie sich die Bürgerinnen und Bürger ihren idealen Ortseingang vorstellen, hat das Quartiersbüro zum Mitmachen aufgerufen. Mit diesem Flyer haben wir Sie dazu aufgefordert, Ihre Ideen und Anregungen an uns einzureichen. Das haben Sie rege genutzt. Und schon kurz nach der Veröffentlichung konnten wir erste Rückläufer in Empfang nehmen. Nach der Präsentation der Einsendungen zum Tag der Städtebauförderung wird das Quartiersteam gemeinsam mit der Verwaltung einen Handlungsplan für das weitere Vorgehen entwerfen. Vielfältige Ideen sind bei uns eingegangen und es ist großartig zu sehen, mit welcher Kreativität die Bürgerinnen und Bürger mitwirken. Wie die ÖD-Ortseingänge zukünftig Einwohner und Gäste willkommen heißen, wird sich zeigen. Seien Sie gespannt! Untertitelung des ZDF für funk, 2017